Herzlich Willkommen, liebe Freunde, Investor und Newcomer. Was geht ab, Leute? Der Markt war heute ziemlich im Rot, ist aber wieder jetzt hochgegangen. Schaut euch das mal an, Total Outcome Market Cap ist beinahe wieder auf die 2,6 Billionen hoch. Bitcoin-Dominanz hat ein bisschen nachgelassen. Ethereum war bei 19%, ist jetzt wieder ein bisschen hoch auf 19,1%. Ziemlich, ziemlich interessant, was hier passiert. Eigentlich nicht. Wir befleigen eigentlich nur ein bisschen seitlich im gesamten Markt. Was hier aber passiert ist, was in aller Munde ist und jetzt haben wir sogar bei unserem Crypto Heroes Live Channel, hat einer unter dem Video, wo wir mal Shiba Inu erwähnt hatten, geschrieben, ja, du kannst so viel über deinen XRP erzählen, wie du willst, aber Shiba Inu hat jetzt alles gecrashed und hat alles abgeräumt, ist der Best Performed und was weiß ich. Okay, gut, möchte ich mal nur eben kurz drauf eingehen, Leute. Also wir gucken uns heute mal an, was Shiba Inu gemacht hat, ähm, finde ich sehr interessant. Der ist mal so richtig nach oben gegangen und ich hab euch gesagt, je höher der geht, desto tiefer ist die Fallhöhe. Jetzt haben wir schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen. Was für eine Korrektur haben wir denn hier heute einmal gesehen gehabt? Wir sind von dort oben einmal runter, innerhalb eines Tages einfach mal 30% nach unten gegangen und dann wieder von unten 16% wieder hochkorrigiert. So was sieht man einfach nur bei solchen Shit-Coins bzw. Pupu-Coins, wir wollen ja nicht cursen hier. Aber was ist hier passiert, Leute? Wir, ähm, haben eine sehr lange seitliche Flag-Phase gehabt mit einem starken Ausbruch. Ich hab euch das gestern im Livestream bzw. gestern, äh, nicht gestern, sondern, ähm, Dienstag im Livestream haben wir darüber geredet gehabt, dass das typisch ist, dass wenn viele Projekte seitlich sehr, sehr lange flaggen, dass der Moment des Ausbruchs meistens dann ein massiver ist. Und was ist auch hier passiert, schaut euch das mal an. Hier war einfach mal gar nichts los mit Shiba. Wie lange war hier gar nichts los? Wann wurde der überhaupt gelauncht? Da wurde hier ungefähr so die Charts fangen, bzw. fangen hier am 1. August an, letzten Jahres. Und dann ist da einfach mal nichts mit passiert, nichts. Schaut euch das mal an. Ihr seht, dass ihr hier kaum was erkennen könnt. Seitliche Flagier, eine kleine Explosion. Februar, ähm, fing es an in aller Munde zu sein. Ein weiterer Flag. Und dann macht er auf einmal sowas. Und was ist das? Was genau ist das? Das ist ein Anstieg, meine Damen und Herren, von 78.432%. Und nachdem ein Coin 78.000% macht, waren einige der Meinung hier in den hohen Preisniveaus, dass es toll wäre, da rein zu investieren. Und was passiert, wenn so ein Coin mal so richtig steigt? Das passiert. Wir erleben eine Entwertung des Coins von bis zu 85%. Innerhalb kürzester Zeit. Was hat es dann gemacht? Lange Flag-Phase, so wie wir das auch in dieser Phase hier hatten. Und was macht es dann? Es explodiert einfach einmal nach oben. Und wenn wir uns das angucken, der hat sich hier eigentlich nur die ganze Zeit innerhalb einer Range aufgehalten. Schaut mal, wie lange hat er sich innerhalb dieser Range aufgehalten? Ziemlich lange. Wir haben hier eine Phase gehabt, die 121 Tage gedauert hat. Er hat 121 Tage in diesem Bereich geflaggt. Und dann hat er diese Explosion gesehen. An der Stelle möchte ich mal auf eine Sache eingehen. Wir haben eine Nachricht gekriegt von einem Mitglied bei uns. Und danke dafür. Wir haben es extra nicht erwähnt, weil wir nicht möchten, dass andere Leute auch noch rein investieren. Aber schaut mal, was wir hier damals gesagt hatten und was er hier noch in Erinnerung hat. Hi Aslan, also er hat uns über Instagram angeschrieben. Hi Aslan, kannst du bitte Karo folgendes ausrichten wegen Shiba? Er hatte mal in einem Livestream die FIPS gezogen und meinte, dass der Coin laut FIPS noch 10 X hinlegen könnte. Ich glaube, dass nur nach dem Stream der Coin sogar 11 oder 12 X gemacht hat. Der Stream ist schon ein bisschen was her. Aber ich hatte das zum Anlass genommen, um 50 Euro von einem Freund in Shiba zu stecken. Ja, der hat nun 550 draus gemacht. Klar sagt Karo damals auch, dass er in den Coin nicht investieren würde. Aber für alle Hater, die ihm immer wegen solchen Pupu-Coins schreiben, könntet ihr doch mal sagen, dass ihr es vorausgesagt habt. Dass der Coin noch 10 X machen kann und es nun sogar getan hat. Aber halt ohne fundamentalen Sinn, sondern einfach nur aus dem Charts erlesen und aus Pomp-and-Dump-Sachen. Hoffentlich liest du das und kannst das an Karo weiterleiten. Lieben Gruß, Halit. Halit, mein Lieber, Aslan hat es gelesen und Aslan hat es an mir weitergeleitet. Vielen, vielen Dank für den Post, weil wir das selber ungern immer so jetzt erwähnen. Vor allem bei solchen Pupu-Coins können das einige zum Anlass nehmen und sagen, pass mal, vielleicht sollten wir auch da was rein investieren. Aber ja, wir haben es damals gesagt gehabt, obwohl wir nichts von diesem Projekt halten, es hat keine richtige Anwendung. Das kleine bisschen, was die jetzt im Bereich NFTs machen wollen, sehe ich als nicht so dramatisch an. Es ist einfach Pump-and-Dump. Es ist Society-Driven. Die Leute wollen da rein investieren, die stecken ihr Geld da rein. Das Ding pumpt durch die Decke und geht halt einfach nach oben. Die Frage ist jetzt, wann fällt das? Es gibt einige wenige, die eine Riesenanzahl von diesen Coins haben. Und dann gibt es einige andere, die sind neu auf dem Markt. Die haben nichts von Kryptos gehalten. Kryptos sind Mist, Kryptos sind spekulativ, Kriminelle nutzen das und hast du nicht gesehen. Aber der Preis geht einfach durch die Decke und jetzt sind sie auf einmal bereit, zu diesen hohen Preisen einzusteigen. Und ratet mal, was passiert. Genau das, was hier passiert ist. Wir werden so eine üble Korrektur sehen. Die steht uns bevor. Aber Leute, die jetzt neu auf dem Markt sind, die denken sich, das Ding geht auf ewig hoch. Der wird hier noch hochgehen und auf einen Dollar bald sein. Und dann wird man Millionär sein über Nacht. Aber sowas passiert leider nicht. Die erwarten jetzt, dass es weitergeht. Und eine kleine Korrektur und weiter. Und hat man hier irgendwann, guck mal, wie weit ich hochgegangen bin und man ist nicht mal bei einem Dollar. Wie weit müsste ich denn hier hochgehen? Guck mal, wie weit ich runterscrollen müsste. Der müsste ungefähr Tausendfachung hinlegen oder sowas, damit wir bei einem Dollar landen. Und was interessant ist, das nicht, was jetzt passiert ist, wie mich das aufregt, wenn das passiert, wenn dann der Stift noch aktiviert ist und ich hier scrollen will. Wenn wir damals sogar das gemacht hätten, hätten wir, das ist jetzt klassisch Swing High, Swing Low, Fibonacci Retracements, die wir hier nehmen. Dann landen wir bei der 2,618. Das heißt, der hätte eigentlich ja noch ein bisschen Potenzial nach oben. Was ich aber hier eher interessante finde, ist, dass man in diesem Bereich, wo wir diesen langen Flagg hatten, dass man das als Fibonacci Retracement, als Limit des Fibonacci Retracements von der 23,6 nimmt. Und wenn man das macht, ein kleines bisschen tiefer noch. So, wenn man das macht, schaut mal. Das ist jetzt das Interessante. Hätte man den Höhepunkt beinahe direkt vorher gesagt. Wir haben den einmal hier angetippt, sind einmal rüber und haben jetzt die Korrektur. Stellt sich jetzt die Frage, ist das der absolute Höhepunkt in diesem Bullrun? War das der letzte Pump, den wir hier erleben? Oder schießt er noch weiter durch die Decke? Das ist natürlich schwer zu sagen. Es kommt ganz darauf an, wie sich die Wale entscheiden. Jetzt wollen sie die Leute noch ein bisschen weiter Hops nehmen und lassen ihre Gelder noch ein bisschen weiter drin, damit das Ding noch mehr nach oben pumpt und noch mehr Menschen darauf anspringen und noch mehr Geld reintun, damit sie die richtig dumpen können und ihren letzten Cent aus der Tasche ziehen. Das bleibt hier jetzt nur noch fraglich halt. Darum, Leute, aufpassen. Jagd dem nicht hinterher. Sagen wir mal, sagen wir mal. Wir machen das ganz stumpf. Wir ziehen die Fibonacci-Retracements hier Swing High, Swing Low und wir sagen, pass mal auf. Boah, der kann ja eventuell noch hier landen. Muss es das heißen? Nein, muss es nicht, Leute. Das muss nicht heißen, dass er das erreicht. Aber gut, für die, die jetzt sagen noch, ich warte jetzt, bis der dahin geht, bis wir diese 0,001 erreichen. Wie viel Gewinn würde man da mitnehmen, wenn man sogar jetzt aktuell reingeht? Das wäre eine ungefähre Verdopplung. 92 Prozent. Und ihr wisst, im Kryptomarkt sind 92 Prozent einfach mal nichts. Einfach mal nichts. Nachdem er hier 78.000 Prozent gemacht hat und jetzt in der aktuellen Phase, was war das? Hier nochmal eine Ver- oder Verzwölffachung hingelegt hat. Das, was wir, wie Halid schon gesagt hat, vorher gesagt haben. Was bringen einen noch diese 92 Prozent hier? Worauf will man denn da warten? Leute, ich sag's euch. Das sind so Projekte, ihr wisst nicht, was damit passieren wird. Ihr könnt so viel Geld verlieren. Es hat einfach null Anwendung. Klar sagt der Blog-Trainer auch, alles andere außer Bitcoin ist Shitcoins. Man braucht auch eigentlich XRP nicht, um die Transaktion abzuwickeln und Ethereum nicht. Aber letztendlich gibt es Use Cases dafür. Es gibt Use Cases und die werden genutzt. Dieser Coin hier wird gar nicht genutzt. Also wenn Blog-Trainer schon solche stabilen Projekte als Pupu-Coins bezeichnet, was würde dann hierzu sagen? Darum, Leute. Und kein Hate gegen Blog-Trainer. Leute, ich mag den richtig gerne. Und für mich ist auch immer wichtig, dass man erklären kann, warum man ein Projekt als Shitcoin sieht oder nicht. Und er kann es auf jeden Fall erklären. Er hat sich das halt als Priorität gesetzt. Das Bitcoin ist auch so eigentlich, wenn man es so nutzen würde, dass das die einzige Lösung gegen unser kaputtes Fiat-System ist. Und da hat er vollkommen recht. Ich bin einfach nur der Meinung, dass die Mächtigen und die Banken das nicht zulassen werden. Darum investiere ich in andere Coins, die diese Utility halt bringen für das Fiat-System. Aber gut, das ist eine Debatte, die kann man mal irgendwann anders führen. Auf jeden Fall nicht, dass ihr irgendwie falsche Infos rüberkommt oder dass ihr denkt, es ist gegen Blog-Trainer. Ganz anders herum. Astan hat das heute schon auch unter seinem Video geschrieben gehabt, was Bitcoin angeht. Und Blockchain habe ich auch. Und Astan auch sehr, sehr viel von ihm gelernt. Und der bringt da wirklich super, super Arbeit. Und kann man nur empfehlen, Leute. Wer was über Bitcoin erfahren möchte, kann euch nur ans Herz legen, sich seine Sachen anzugucken. Die Gedanken über die Altcoins teile ich jetzt nicht so sehr mit ihm, aber das ist ein anderes Thema. Aber das hier hat keine Anwendung. Whatsoever. Gar nichts. Darum aufpassen. Die Fallhöhe ist ziemlich, ziemlich hoch, Leute. Okay, wenn wir uns das angucken. Hier frage ich mich jetzt bei Bitcoin, Leute. Ist das schon die ABC-Correction gewesen, die wir hier gerade gemacht haben? Schauen wir uns das mal an. War das jetzt hier der A-Lag, der B-Lag und der C-Lag? Und wir können langsam nach oben gehen. Ich glaube eher, ich glaube eher und ich vermute eher, dass das gerade mal der A-Lag war. Ich glaube, das war der A-Lag. Wir kommen jetzt wahrscheinlich noch dem B-Lag und dann kommt der C-Lag irgendwo hier runter. Ungefähr so, wie ich es hier eingezeichnet habe, in den Kästchenbereichen. Und dann geht es erst richtig nach oben. Aber hey, ich kann auch falsch liegen. Es ist sehr, sehr schwer, den Markt vorherzusagen, vor allem in so kurzfristigen Entwicklungen. Das ist nur das, was ich vermute. Von dem, was ich halt immer gesehen habe in der Vergangenheit. Ja, Leute, das war es erstmal dazu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Leute. Und Crypto Heroes out.